Hallihallo Leute, hier seht ihr die Supra von einem Bekannten aus Flensburg und ich habe das vorgestern, glaube ich, schon mal gepostet auf Facebook selber. Die haben gerade ein Event am Start und ja, da geht es darum, dass doch noch ein paar Likes dazukommen und ich dachte mir, hey komm, ganz ehrlich, der ist echt ein cooler Typ und die Supra sieht mega nice aus. Weil oft hat man es so bei so einem Tunern, dass es halt so ist, sobald man so ein Stadium erreicht hat, wie der Ron das wirklich hinbekommen hat, dass man dann so ein bisschen einen Abflug macht, so nach dem Motto, naja, wenn mich hier jetzt einer drauf anquatscht, der braucht mich gar nicht anquatschen, der ist wirklich ganz auf dem Boden geblieben, man kann ihn da wirklich fragen, wie hast du das gemacht, wie hast du das mit den Felgen gemacht und so weiter und so fort und ist mega nice und von daher hat der definitiv ein Like verdient. Und zwar geht es darum, der hat es mittlerweile mit eurer Hilfe auch schon, also ihr habt ja, wie ihr sagt, auf der Facebook-Seite da ordentlich geliked, mit eurer Hilfe, da ist er ins Finale gekommen und jetzt wirklich nochmal Daumen drücken und Daumen nach oben geben. Link ist unten in der Videobeschreibung drin, direkt über diesen Link, also nicht das, klar, natürlich könnt ihr auch das Video liken, freue ich mich natürlich, klar, aber ansonsten wirklich einfach nur, wenn ihr Facebook habt, halt einfach auf Facebook raufgehen, über diesen Link und da ein Like dalassen. Da freut der Ron sich megamäßig, das wäre halt einfach mega super cool und ich habe da früher schon mal ein Video dazu gemacht, das habe ich auch verlinkt und da seht ihr direkt am Anfang halt die Supra und ja, seht ihr halt meine Videoanfänge mit dem Quadrocopter und wie gesagt, einfach da ein Like dalassen, das wäre mega mega nice. Das war es von mir, ich wünsche euch was und wie gesagt, drückt dem Ron die Daumen, dass das alles klappt, also es kann, also diesen Link einfach könnt ihr auch, wenn ihr jetzt selber Facebook habt, also klar habt ihr Facebook, aber wenn ihr halt wirklich Bock drauf habt und einiges an Freunden habt, könnt ihr den Link natürlich gerne auch teilen, dass es halt noch mehr sehen. Das wäre halt mega mega geil, also ich sage mal, 5K Likes sind da auf jeden Fall drin, würde ich sagen, also wirklich Spam, nein, nicht zu viel Spam, aber einfach wenn ihr seht, oh gut, okay, den und den könnte das noch interessieren. Wie gesagt, gerne, 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 also ich denke mal 5K Likes sind da ohne Probleme drin. Ich wünsche euch was.